So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go und manche von euch werden sagen, was ist da denn los? Der Ramses hat doch heute schon ein Juni-Update hochgeladen und ein Video zur GBL und zum Forschungstag und zum Wasserfestival und das alles, obwohl er ja schon das Mewtwo Tag 2 Krypto-Raid-Ausbeute-Dortmund-Raid-Bus-Video-Vlog hochgeladen hat, was gar kein Vlog war. Ja, das kam 15 Uhr und eigentlich sollte 20 ohne Premiere kommen, von was ganz Besonderem, die musste ich absagen, verschieben, weil Nayendi ja so viele News und Zeugs rausgeballert hat, dass mich das alles so übernommen hat, dass ich mich in Grund und Boden geredet habe und belanglos die Videos dahin gerotzt und ich war so unzufrieden jetzt, als ich alle vier Videos wieder gelöscht habe. Das Juni-Update hat so eine hässliche, abartige Grafik gehabt, so ein kleines, verschmiertes, oranges, knalliges Bild, wo du richtig Augenkrebs bekommen hast, das habe ich auch weggelöscht, weil diese Grafik sieht viel besser aus. Um die geht es jetzt gleich, dass das das Wichtigste ist und das ist das Einzige, was ich dann heute jetzt hochlade, das Juni-Update, dass ihr wisst, was ab Donnerstag in die Raids kommt überhaupt. Für den Forschungstag, der Samstag stattfindet, werde ich spätestens Freitag nochmal ein Video machen und darüber in Ruhe reden, wo ihr dann auch sagen könnt, was ihr zum Forschungstag sagt. Das Ganze mit dem Wasserfestival findet erst am Dienstag statt, da haben wir noch Zeit, da nochmal ein Video direkt zu machen, als Erinnerung auch, dass ihr wisst, Wasserfestival, aha, so nach und nach, nicht fünf Videos an einem Tag, sondern nach und nach ist, glaube ich, besser, auch als Erinnerung. Und alles, was zur Go-Kampflieger ist, habe ich leider jetzt auch gelöscht, werde aber den Link von diesem Artikel hier in dem Video, unter dem Video, in die Beschreibung, als ersten Link reinposten, also wer sich für GBL interessiert, kann da drauf und sieht genau den Ablauf und den Plan, von wann bis wann, welche Liga, welcher Cup ist, was es alles für Kampfwochenenden gibt, welche Belohnungen es gibt, welche Encounter wieder zu fangen sind, was sich sonst getan hat, die Attackenänderungen, die neuen Attacken, die Kampfposen, die man gewinnen kann, die Outfits, die man gewinnen kann, alles, was mit GBL in der dritten Season zu tun hat, in diesem super genialen, krassen Artikel zusammengefasst, den ich vorhin vorgelesen habe, ewig lang, und das könnt ihr dann unter dem Video beim ersten Link in Ruhe nachlesen für GBL. Viele Pokémon haben auch neue Attacken bekommen, wie zum Beispiel Despoda. Despoda hat jetzt auch Wirbler, kann jetzt auch Wirbler erlernen, und ist damit wohl der krasseste Unlichtangreifer, wieder mal. Triggefalo hat eine Cedar-Attacke Wirbler gehabt, war damit richtig stark. Despoda bis Knirscher, jetzt also bis Wirbler, wäre damit noch krasser, noch stärker. Mehr dazu aber, alles was auch GBL betrifft und so weiter, in der Beschreibung unten, erster Link, die anderen zwei Videos nehme ich nochmal auf in Ruhe, und jetzt kümmern wir uns um das Juni-Update, dafür drücke ich mal hier drauf, da wird das nämlich noch größer, noch genialer, ich habe sogar einmal dieses Video gerade nochmal versucht aufzunehmen, dann kann man re-rein mit dem Glas, muss ich es wieder abbrechen, nochmal machen, dann habe ich mich fünfmal versprochen, und jetzt versuche ich es alles in einem Stück durchzumachen. Das Wichtigste für euch sind nämlich die Raids. Welche Raids kommen jetzt im Juni auf uns zu? Wir sehen hier Raid-Kämpfe der Stufe 5, 1. bis 15. Juni, Selve, Westbrit und Tobutz, sind leider wie die Regionale, das heißt Selve im Asien-Pazifik-Raum, Tobutz in Amerika, Grönland, Westbrit eben bei uns, Europa nahe, Osten Afrika, Indien. Ich habe einen 100er Westbrit, ich würde gucken, dass ich ein paar XL sammle und das vielleicht hochziehe, Selve, Tobutz sind für mich in dem Moment uninteressant, da Fan-Rates sowieso teurer sind, und eben keinen Anklang mehr großartig finden bei vielen Leuten. Wer trotzdem unbedingt Bedarf hat, könnte ja Poker-Rate nutzen, oder vielleicht machen wir doch mal Raids für Zuschauer an einem Wochenende mal zum Chillen. Wenn Selve, Tobutz jetzt da sind, würde sich das vielleicht anbieten. Ich kann aber noch nichts versprechen. Ansonsten, alle drei sind Shiny verfügbar, ich habe alle drei in Shiny. Fehlt euch noch ein Shiny, schreibt es mir in die Kommentare. Was ist euer Lieblings davon, meiner eigentlich, Tobutz, weil der am stärksten ist und aus Amerika kommt. Aber wir haben ein Westbrit, was mir am schlechtesten gefällt. Mein 100er muss gepusht werden, da werde ich ein paar Raids machen, aber meistens nur in der Raid-Stunde oder halt in Daily Pass. 15. bis 29. Juni folgt Anego. Anego ist eigentlich der beste Raid-Boss im ganzen Juni, für mich persönlich, weil es ist eine Ultra-Bestie, es ist die beste Ultra-Bestie, der die meisten und höchsten WP erreicht. War schon mal da, zum Go-Fest, wo wir in Gera waren, letztes Jahr irgendwann, und zum ersten Mal in Shiny verfügbar. Da gab es verschiedene Grafiken, bei einem war es Shiny, bei einem war es nicht Shiny. Hier ist es wieder Shiny und es muss wohl wirklich offiziell Shiny sein, denn das ist jetzt eine richtig offizielle Grafik, hoffe ich. Das heißt, bei Anego würde ich sogar versuchen, einen 100er-Hunt zu machen, das Shiny mitzunehmen und einfach Spaß zu haben. Heatran kommt dann vom 29. Juni bis 6. Juli. Heatran kann auch Shiny sein, war schon oft da, habe ich auch 200er, brauche ich eigentlich nichts mehr machen, werde nur den täglichen Pass machen. Wenn ihr noch keinen Shiny habt, gönnt euch das, ansonsten ist das Ding relativ einfach zu besiegen. Im Duo sehr gut machbar, aber irgendwie auch unnütz. Also man braucht das nicht unbedingt. Keiner braucht eine Heatran-Armee oder keiner braucht das für irgendwas. Das ist halt ein Pokédex-Eintrag. Mein Liebling also Anego, eurer wahrscheinlich auch. Mega-Raids in der Zeit, wo Selve, Vespere, Turbots da sind, ist auch Mega-Sumpex da. 1. bis 15. Juni. Von 15. bis 29. Während Anego da ist, also dann Mega-Gewaldroh. Und vom 29. bis 6. dann Fragezeichen. Finde ich komisch, wieso haben sie da nicht jetzt Logok rein, weil der ja der Dritte ist im Bunde von denen und die haben alle drei zusammen mal ein Raid-Day gehabt. Wer an dem Raid-Day nicht gespielt hat, hat vielleicht die Mega-Entwicklung noch gar nicht und gar keine Energie und kann gar nichts machen. Freut sich natürlich jetzt das mal zu machen. Die sind eigentlich alle drei nützlich, würde ich sagen, aber es sind ja nur zwei da. Am 29. ist ja hier ein Fragezeichen. Das wird also ein neuer Mega-Raid-Boss sein, der natürlich auch dann shiny sein kann. Bisher war das ja bei jedem Mega-Raid-Boss so. Und das ist genau die Zeit, wo Heatrend da ist. Für die meisten also der Fünfer dann uninteressant, vielleicht der Sechser, der Mega-Raid dann wieder interessant. Die kommen immer 10 Uhr und wechseln wieder 10 Uhr, aber da beginnen erst die Eier. Das heißt, eigentlich effektiv kann man die ab 11 Uhr raiden und 11 Uhr sind ja auch wieder fort. So, ich freue mich also auf das neue Mega-Raid-Boss-Ding und ich freue mich auf Anego. Weiter, die Raid-Stunden ist natürlich dann auch so. Selve Vespretobots haben jeweils am 7. Juni und 14. Juni. Die bekommen also zwei. Anego bekommt zwei am 21. Juni und am 28. Juni. Heatrend bekommt gar keine. Zumindest im Juni, weil der kriegt ja dann im Juli eine. Hm? Wisst ihr Bescheid? Hier oben steht noch, Krypto-Rades. Ab dem 10. Juni erscheint Krypto-Arktos an Juni-Wochenenden bei Krypto-Rades. Irgendeiner hat schon wieder gesagt, ja, das ist die ganze Season über verfügbar, aber hier steht ja nur an den Juni-Wochenenden, Arktos. Denkt man, dass im Rest der Season vielleicht dann also Zapdos und Lavados jeweils auch einen Monat kommen? Krypto kann man das schon haben? Gab es schon die Forschung dazu? Shiny konnte es bisher noch nicht sein, ist jetzt auch Shiny. Wir hatten das Mewtwo-Wochenende, wo Leute ausgerastet sind. Krypto-Arktos würde mich jetzt nicht so sehr interessieren. Ich habe meinen 100er, ich habe meinen Shiny, ich habe meinen Krypto. Ich würde gucken, dass ich vielleicht einen Krypto-Shiny bekomme, aber nicht so viel Raiden bis zum 100er oder irgendwas. Einen 100er erlösen brauche ich eigentlich auch nicht. Aber einen Krypto-Shiny einfach nur für die Sammlung an einem Wochenende oder an vier Wochenenden dann wahrscheinlich. Das kann schon drin sein. Wird sicherlich wieder nur vor Ort sein. Viele werden das verpassen. Forschungsdurchbruch. Kommen wir mal hierher. Als Belohnung für den Forschungsdurchbruch könnt ihr einem der folgenden Pokémon begegnen. Zubiris, Tarnel, Ordoch, Quaff, Waff, Viscorda, FM. Können alle Shiny sein bis auf Viscorda. Zubiris mit der Mega-Entwicklung ist noch gut. Ordoch gibt halt viel Staub, hat auch eine Mega-Entwicklung, FM, seltenes Shiny, Tarnel, starkes Pokémon. Ich fand es besser eigentlich, als ein Monat ein Pokémon hatte, dem ihr viermal begegnen konntet. Ich fand es noch besser, als da die Legendäre noch drin waren. Jetzt habt ihr halt drei Monate lang denselben Pool und sechs verschiedene. Und durch Zufall wird euch da irgendwas hingeschmissen. Finde ich leider nicht so cool, nicht so spektakulär und auch nicht so spannend. Also vom 1. Juni bis 1. September sind diese Teile jetzt im Feldforschungsdurchbruch. Rampenlichtstunden stehen auch nochmal hier. Jeden Dienstag, 18 bis 19 Uhr. Die erste am 6. Juni mit zweimal Fang-EP ist eine ganz besondere. Im Zuge des Wasserfestivals gibt es nämlich hier nicht nur ein Pokémon, was im Rampenlicht steht, sondern gleich fünf, nämlich Krabbi, Kabudo, Krebskorps, Scampisto und Krabbox. Die tauchen alle in der Rampenlichtstunde vermehrt auf mit dreifach Fang-EP. Dreifach, könnt ihr die drei sehen. Am 13. Juni kommt dann Bitora mit doppelten Fang-Bonbons. Am 20. Juni Sonnenkern mit doppelten Verschick-Bonbons. Und am 27. Juni Dodu mit doppelten Entwicklungs-EP. Ja, finde ich vielleicht die am 6. Juni wahrscheinlich am interessantesten mit den dreifach Fang-EP und der großen Auswahl an Pokémon, gerade auch weil Scampisto neu als Shiny dann eingeführt wird. Dazu aber beim Wasser-Event-Festival-Video mehr. Ja, ansonsten stehen hier noch Events drauf. Forschungstag Goldsuche am 3. Juni, am Samstag. Dafür werde ich, da werde ich vorher extra noch ein Video machen. Rampenlichtstunde beim Wasser-Festival. Strandwoche 6. Juni wird ja auch als was Besonderes aufgelistet. 6. bis 12. Juni das Wasser-Festival. Strandwoche Community Day am 10. Juni. Wissen wir auch noch nichts. Dann 16. bis 25. Wie Tag und Nacht plus Team-Go-Rocket-Übernahme. Da kann man hoffentlich wieder Frustration verlernen, was bei den Crypto-Mutus jetzt natürlich sehr sinnvoll ist. Und ein Event. 29. Juni bis 2. Juli. Dunkle Flammen. Dunkle Flammen. Das startet mit dem Mega-Raid. Passt das zu Despoda? Passt das zu Lucario? Viele Leute sagen, Despoda wurde schon geleakt, wird kommen. Andere sagen, Lucario war da gesehen und wurde dahin geschrieben, wird kommen. Es kann ja nur einer von beiden sein oder vielleicht jemand ganz anderes. Was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war das Juni-Content-Update. Und das einzige Video, was ich jetzt wirklich hochlade, für 20 Uhr. Hab noch 2 Minuten Zeit. Schaffe ich nicht. Kommt es halt 20.05 Uhr oder so. Freut ihr euch auf den Juni? Was sind eure Favoriten? Auf was freut ihr euch? Die anderen Videos folgen die Tage in Ruhe. Auch wenn ich dann nicht mehr der Aktuellste bin, aber vorhin das war wirklich Rotz. Peace out, Vorhaut. Euer rotzender Ramses.